Hallo zusammen, mich hier ist für Deutsche Land und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns freute ich euch heute wieder so einen kleinen Mountgut präsentieren. Heute geht es um ein schickes Fischmount mit einem sehr einzigartigen Model. Und ja, ihr seht, da sitze ich gerade schon drauf. Das Mount schimpft sich wunderbarer Wellenschnauzer. Und naja, der Name hat es auf jeden Fall verdient. Man hat hier so ein Schnauzbart mit dran, diese kleinen Tentakeln von dem Fisch. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Mount einmal ein bisschen genauer an. Ihr seht schon, es ist so eine Art Koi-Karpfen, würde ich mal sagen, mit verschiedensten Effekten mit dabei. Ihr seht, wir haben hier diese kleinen Bläschen, die wegfliegen, beziehungsweise dieses tropfende Wasser. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Übrigens, das Ganze ist auf jeden Fall auch ein Flugmount. Heißt, ihr könnt damit rumfliegen. Natürlich hier auf den Dracheninseln geht das leider nicht. Da können wir nur mit den Drachenreittieren fliegen. Aber wir können uns hier zumindest schon mal das Mount Special angucken. Das machen wir jetzt einmal. So, da seht ihr, flitzt da einmal ein bisschen rum. Und ja, es sieht sehr, sehr cool aus. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von dem Mount. Wo ich jetzt nicht so ein Fan davon bin, wie man es kriegen kann. Das ist nämlich durch zwei Möglichkeiten freischaltbar. Einmal könnt ihr ein bisschen was löhnen. Und zwar können wir da in den Shop von Blizzard reingucken. Dort können wir es quasi als neues Mount für 25 Euro erwerben. Oder ihr holt euch das so, wie ich mir das geholt habe. Ihr habt ein 6-Monats-Abo laufen. Und dann kriegt ihr das quasi einfach als Geschenk obendrauf zusätzlich. Wenn ihr ein 6-Monats-Abo laufen habt, dann ist es so, dass ihr hier neben dem Download-Manager-Button noch ein Geschenkssymbol habt. Das hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht. Gestern hatte ich hier dieses Geschenkssymbolchen, das ein bisschen rumgewackelt ist. Da einfach draufklicken und dann kriegt ihr einmal das Mount for free. Müsst ihr nicht mehr zahlen, wenn ihr eh ein 6-Monats-Abo am Laufen habt. Und ja, zusätzlich gibt es auch noch eine weitere Sache. Wenn ihr dieses 6-Monats-Abo habt, dann bekommt ihr auch noch ein Pad auf WoW Classic. Ist jetzt für mich uninteressant. Sieht aber ganz nett aus. So ein kleiner Kugelfisch, würde ich mal sagen, ist das. Den gibt es dann da quasi noch. Übrigens, das gilt für das 6-Monats- und für das 12-Monats-Abo. Ich glaube, ich habe auf dem Main-Account tatsächlich ein 12-Monats-Abo. Das habe ich mir mal wegen irgendeiner anderen Aktion, glaube ich, abgeschlossen. Und dafür gibt es es auch. Also wenn ihr eins von beiden habt, kriegt ihr automatisch das Mount, ohne dass ihr da jetzt noch irgendwas zusätzlich zahlen müsst. Gut, das war es eigentlich schon so im Groben. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von dem Mount haltet. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Mount-Guide-Video. Wieder euer Tila. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.